... ... ... ... ... ... ... ... Kennt ihr das nicht, wenn ihr so im Takt mit tappen wollt, obwohl da keine Noten sind. Macht ihr das nie? Das passiert mir so oft, dass ich dann genau dahinter wo die nächsten Note kommen würde und ich so fette Note locken. Ja, nur in der Break, deswegen hast du es dir abgewöhnt, ja, ist halt low. Lass dich doch nicht einschränken, lass dich doch nicht verbiegen, bleib wer du bist. Weißt du, wie oft ich schon Sachen gebreakt habe? Das ist unfassbar, als würdest du mir nicht mehr glauben. Das ist unfassbar, als würdest du mir nicht mehr aussehen, da wollte ich bessere Ecke, die ihr kennt, die ihr checkt. Ja, super dazu. Ich glaube, es ist dieselbe, oder? Woher aus, da ist ja jetzt nichts Schwieres. Jetzt nicht tappen, ich will. Ich hab voll aufgehört. Da haut nicht auf 99. Danke. bravo 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 Digga, ich bin einfach so gut in diesem Spiel. 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 Ich bin einfach so gut in diesem Spiel.